Und meine größte Berufung blieb es stets jenen Menschen zu helfen, die es schwerer haben im Leben. Neutralisieren. Wenn ihr uns nicht helfen wolltet, was wolltet ihr dann? Steuergelder. Ich habe dich schon erwartet. Es gilt deinen Körper und deinen Geist vorzubereiten für die Aufgabe, für die du bestimmt bist. Er ist auf dem Weg hierher. Aber das ist doch nur ein Rollstuhlfahrer. Die Tidmarscher Prophezeiung sah es voraus. Es wird ein Mann aus dem Reich der Toten wiederkehren, zu strafen die Frevler, zu richten die Sünder. Er wird über die Erde rollen, um die Schlange aus ihrem Versteck zu treiben und die Feuer der Gerechtigkeit zu vernichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017